Vor uns liegt ein Weg in eine ungewisse Zeit Durch Schatten und Licht und wer weiß wie weit Hallöschi meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan Es geht weiter in R6 und heute spielen wir auf Villa Mal schauen, was uns diesmal erwartet Wie Olaf in Cisco, Alter Ja, exakt, ich brauch ein bisschen Energie Ich mach das auch jetzt More Energy, more Energy, more Power Ich kann schon was singen, vielleicht Ich kann das mehr schon, more Posh, ne Nein, 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 bitte nicht singen Bitte nicht singen More Pesche, more Funburg Atemlos Du sollte meine Musik lauter machen Atemlos geht gleich für dich in den Knast, Junge Das ist ja schon Geräuschbelästigung Geräusch, ja, dein Nico auch Das wird mal Lärmbelästigung, aber ja Ja, Lärmbelästigung, ne, wie war das? Ich finde, da klingt so wie immer Ich hör da gar nichts wie ein Rasierer Hä, was? Lärmbelästigung? Ja, doch, doch Ich hör das selber auch auf den Ohren Ich hör das nicht, aber es muss nichts heißen Alter, man ist saub Ich guck dann in die BOD und denk mir so What the fuck Alter, als ist das aktuell gerade inkluiert, das ist Komm auch vor Oh, die haben auch wohl eine Rotation Aber es macht einfach keinen Unterschied, weil da halt immer scheiße klärt Nein, die haben Henry nicht gewandt, Alter Du bist ein Arsch, das ist unglaublich Ich weiß, angenehm Arsch auf dein Name, angenehm Ja, schluss den Alex Was denn? Hör auf, Buxtehude zu hören, Alter Das hab ich gehört Ich weiß nicht, warum du meinst hier Warum? Was macht der? Ja, er ist im Kreis gedreht Ja, er ist im Party mit einer Gronen Ihr seid so behindert, ihr Ficker, ey, oh mein Gott Der Remix ist gut Der Remix schätzt anders Obst, er macht sich irgendwelche Gedanken über irgendwelche Remix, Alter Ja, wenn ich mich zuhör aufs Game konzentriere Dann meinst du, Star shit Au, 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 au Ja, ich hab den Kill geschenkt, Junge Danke, du hast mich gerade meinen Arschloch gerettet Ach, es ist ein Kill, ist es, ne? Ja, gerne, ich bin, Alter Mach den Burger Ja, Moment, ich hab dir den Kill geschenkt Das heißt Du hast den Scheiß-Tack, ich hab mir den Kill hart erarbeitet Ja, ja, ja Achtung, da ist so Frostmacht in dem Fenster, wenn jemand hier reinmacht Da ist auch Frost, Pin 1 Bitte, gerne Frost ist dein, äh, Tresor Hat kurz die ganze Zeit gepiekt, ist jetzt weg, wahrscheinlich Frost ist Tresor jetzt Ich lade nach Feuer schon Groß Mahlzeit, Glück und Frieden Ich hab deine Claimer hingestellt Guck in weiß Weck in der Magazine Achtet auf Legion Traps, ne? Ist auch sehr fort Ich glotze sie nicht Das ist Clear, äh, links ist, meinst du links ist erst Der erste ist Clear Da liegt, da liegt nur ne Gummi, ne? Das war's Nein, komm rein So, welche ist das denn eigentlich? Die bei uns, nicht derjenige Nein, die ist auch Clear aktuell Frost, sie ist weg Aua Ich mach, ich mach hier einmal auf Achtung, ich mach auf Leute, darf ich aufmachen? Ja Silas, aufpassen Achtung, Hater, ich mach auch keine Atemfante Ich mach der Entente Wo ist der Letzte? Der Tresor Tresor Gewesen Alle haben mindestens einen Kill Alle? Nein Anime weigert sich Standhaft Kills zu machen Wurde, mindestens ist er trotzdem wieder vorne, Alter Im Gegensatz für Sarah spiel ich fürs Team Ich mach keinen Kills, dafür gewinnen wir Warum bist du uns eigentlich gemacht? Ich wusste ihm tatsächlich sagen, er hat am Punkt Halt die Fresse Hä? Halt die Fresse Oh Mann ey Das ist wieder so freundlich zu mir So klappt Ey, wir sind doch immer nett zueinander Was hab ich denn jetzt gemacht? Ja, das hat alles angefangen wegen Marvels Äh Wenn du mir sagst, alle auf Noel, dann sag ich natürlich alle auf die Ende So, das ist ganz normale Aktion und Reaktion, ne? Weiß ja Ja, Ursache und Wirkung, wir sind alle Opfer der Kausalität, ich weiß Exakt Alter Schwede, Kausalität, so ein Wort Same Spots Nein, Wortschatz, das hab ich schon gerade expressed, Junge Das war geil, oder? Ich hab mich schon expressed, sag ich dir ehrlich? Nein 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 Ich wollte es gerade drauf hin Fünf Sekunden, wir sind mit den kleinen Mäuschen gespielt Das sah sehr schön aus Ist gut, ey, man Ja, du Hi Hi Genau Wie lange willst du denn aimen? Boah Oh nein, die haben wir wieder Wir haben noch Loiliko Danke für dein gegiftetes Sub an Cody Es war Pika Nee, ich war das Echt? Ja Ja Wechsel ins Magazin Ich hab dir das Bild nochmal aufgemacht Guck mal Zeus Jedenfalls einer hinter Mira rund um Ich hab so richtig bobt, uns zu nähen, sag ich dir ehrlich Ich glaub das machen wir einfach Weil ich's kann Links der ist momentan sauber Dick, nee Nein 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 Worden ist im Tresor Wie mit zweimal im Tresor Frost Das ist eigentlich ein Frustweg Ja, Mira ist auch Tresor Ja, das letzte Weil sie haben sie abgewechselt Der letzte ist Frost Diese, was gegen die Sucke Hihihi Der ist schön, Sarah? Bleib liegen, Alter Ich glaub's auch jetzt Danke für das Sales Mist Ah ne, du bist ja nicht Kali Schade Hm, warum? Dann kannst du wieder Sprenglanze das Mira Window zerstören Mh Mh Zum Beispiel Ey, pink mal Versuch mal bitte nicht die Drohne und zu pinken Ich hab noch ne Nate Achtet auf Frostbutton Eines Noch einer im Oh Gott, das will den Strecken nicht Aris, ich halte rechts von dir den Führer sauber Von mir die Drohne Ich hab dir grad den Arsch gerettet, da die mir da oben war Die C4 Ich hab's gewerkt Hinten Am Nachlass Ah ah, so nicht Gib mir Vollschussars, komm rüber Ich plente hier Ich seh nix Ich seh nix Bei wegen, ne? Ja, Rauchgranaten Wegen Ne, wegen Der Trennen wir Hab's Emma ist gut Die Plente ist Ja, ja Da war es noch 4 Emma ist gut, Mäuschen Ah, der ist hinterm Windhoff Jaaaa Halt es auf Boah, der hat's grad nicht so leck gemacht Halt es auf Halt es auf Bleib da, bleib da, wo er passt No, ich weiß schon Der muss kommen Der muss kommen Der kommt maybe auf 90, er kommt auf 90 Der geht 90 da Ach Ist was? Bleib da Bleib einfach da Ich lade ein neues Wanderziehen Wer liegt der Sieg? Und so Premium Haben wir Nein, ich mach lieber das Gegner neutralisiert Ach Alter, aber Wie der uns beide gerade gefickt hat Noeben Ach Scheiße Siehste, Aris, ich hab meinen Kill und bin zweiter, was ist das von mir? Burger Oder jetzt grad ein Steak mit Kreuzerputzer, würde ich auch nicht Nur eins halt Hä, nein Nee, Steaks doch nicht Wofür doch Und Aris, ich sag jetzt nur entschulde, drei Burger Viel Spaß Ne, ein paar mehr Ich will schon mit euren ein paar mehr Okay Timsen, weißt du? Alex gibt ja auch seine Burger Nee, nee, macht Noeben 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 Das ist aber nett Noeben Ich weiß auch nicht, wie der aber freundlich ist heute Und Sarah, wie viele Burger jetzt du gerne? Ja, kein Was? Was? Ihr könnt euch die Menge bestimmen, wie ihr wollt Er bezahlt alles Oh, voll geil Das ist sowas dann gelogen So ein geiler, anderer Sport Anderen Raum Anderen Raum Blankoscheck Ey, so ein Report kriegt ihr nie Trophy, ja Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert Drückt zur Bombe vor und entschärfen sie Äh, ist unangenehm, aber sie sitzt nicht Oh Gott, ich treff die Cam nicht oder ist die schon weg? Nein, die können weg Die ist schon weg Bei euch ist noch eine bei dir, Sarah Da ist noch eine Ja, da ist schon weg Nein, die habe ich nicht Hä? Du Nein Nein Ah, die ist schon los Machen wir mal die Door Ah, die andere ist auch weg Machen wir mal bitte die Door auf Ja, hab ich doch Dein Tee ist clear Hä? Ich bin irgendwie falsch Kleider fangen alles so aus Einfach hoch da Das kann dann hoch sein Aber aufpassen, da ist ein Window offen Ich würde ein bisschen weiter nach links Oder weiter nach rechts Scheißegal Alex, kannst du meine Drohne halten? Ich schaff's mal, ist Damit ich ihn schnell rein kann Ähh Äh, ja Ist clear Ok, on him A ist einer Aber ist noch alles sauber Henry guckt in den Raum rein Ist aber noch bei A drin Wo war der? Ähh Der war Der kam aus dem Tresorraum raus Hast gesehen wo er war, ne? Hören Henry ist hier Ist grad hier zu A rotiert Das war's 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 Ja, ja, ja War schon Ja, ja, ja War schon mit Gottlos Wir haben uns alle grade mit Mit oben gekleckert Sagt der, der einen Kill hat, ne? Und sich hochgepumpert hat He, ja So wie jedes verfickte Mal So wie jedes verfickte Mal Ja, aber jedes Mal Jedes verfickte Mal Im hinterher wenigstens Das war's Ganz verstärkt Ist doch ein kleiner Wenn ich keine Kills mache, gewinnen wir Boah Was für Kötzack Was für Kötzack Was für Kötzack Das reicht aber Es reicht aber Es reicht Ey, wir beide so ne Marke Eigentlich bist du nur zusammen uns so nur hinsetzen nur die ganze Quatsch aufheben für Bock hast, alter Wir würden uns drauf und runter beleidigen Das ganze zu Alphabet durch Irgendwann dann in der Hitliste von Spotify Platz 1 Easy, alter Wer ist wie so mit seinem Hobby los, alter Wir regeln das Junge, ey, ich bin Ach komm, fuck you, alter Doch, man konnte Ich hab hier nichts gestanden Eigentlich müssen wir die Ream rund recht aufnehmen Jetzt, wo du's gesagt hast Es ist zwar kein gutes, krasses Gameplay, aber es ist funny Oh, da haben wir Gold? Sollte ich mich entschuldig fühlen, Sarah Was hast du gemacht? Ich hab's ausgesperrt Ich hab' dir das Angebot gemacht, dass du wieder reinkommst Kommt Ich hab' dir das Angebot gemacht, dass du wieder reinkommst Alles gut Lade neues Magazin Lade neues Magazin Hier gehört die kleinen Scheiße Master Bedroom Diana Ja Antike Halle Nanti Ich hab' dir das Ei Ich hab' dir das Ei Die ist hinter mir gedroppt gewesen Last, 90, oder? Die ist hinter mir gedroppt gewesen Halt, ich hab' dir das Ei hier Ja, ja Aber Last Dann warten Ja Last müsste dann 90 sein Nein, das ist clear art, guck' hin Naja Geht's nicht so Diana landing Ich mach' die Tür jetzt auf Sie will landing rein, äh, also aviation rein Oh nein Oh nein Hast du gerade sogar gesehen Oh nein, sauer Nein Ja, wie immer im Internet Ja, ja, we connect, ja, ja, alles gut Das ist mein komplettes Game aufgehangen Nice Schön Schönes Ding Okay, Leute, wir müssen uns jetzt Zeit lassen Ja Ganz wichtig Boah, da ist das ekelhaft, Alex, schimm dich Oh Gott, los Punch-Hall ist böse Wir dürfen jetzt Oh Gott, das ist ja Dann höre ich jetzt weiter Buchst du ohne Ich sing euch ein Lied Das denkt euch ab Dann, dann Dann Hab' ich schon gemacht gehabt Nee, nee, nee Über Taskmanager Unter Anwendung weiter nach unten gehen Ja, das weiß'n Wenn das nicht funktioniert hat, Sarah Dann einmal Rainbow starten Ausmachen wieder mit drin ist im Menü Und neu starten Ja, das wird ekelhaft Wir müssen das wirklich Lange rauszögern Okay, what the fuck? Also, verlieren Ja, das ist scheiße, Sarah Ja, am besten Ja Die Runde am besten halt Tatsächlich Aber langsam verrecken Oh, eigentlich eine Inkung direkt hier rein Hänge da zu dir Nee, komm Fuck you, Alter Du fuck das Also, wenn wir langsam verrecken, passt das Komm, jetzt starte doch einfach Ich hab' eben nur eine Ilamein zerstört, mein Freund Aber nicht in meiner Absicht Macht euch Angriffsverein Ähm, tatsächlich Weil ich meinen Dead Checker aufstelle Weißt nicht Du warst tatsächlich keiner zerstört Wir haben Zero Wo? Da hast du Ach man Kannst du die Stairs halten hinten, Richtung Buckles hole ich mir aber noch Inside Also noch nicht, aber Jetzt inside Mann Wo? Ja, inside bathroom Window Kleiderstange ist noch einer Wie sieht's aus? Sarah? Das Game startet grad Na? Da ist der Klon, der kommt Mhm Links bathroom Backroom Backroom Was ist das? Warum Äh Wtf Was ist das? Warum Hab ich kein Oh mein Gott Window Rechts Äh Ah Ist das Ganz kritisch Nein Ja, nach richtig Sollen wir verlieren oder? Ey Wir müssen verlieren Ja Wir dürfen das Wir schließen Jubi 9 Kommt doch nochmal rein Ja, lauft in die Gleich rein bei Ja, wir wollen aber viel Zeit raus Wenn möglich Alter Jubi Nein Du bist Aris Ich hock in meiner Wanne Und trinke Wein Ich hock in meiner Wanne Da kam die Polizei Und sagte Das muss nicht sein Jetzt reicht's Auch mit Kills machen Fünf 10 Sekunden Lasst uns bitte abkratzen Wein ausgesehen Nein 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 Nein, Alter Mach keinen Scheiß jetzt Wir haben ihn nicht Bist du so wie Jana? Ey Junge, ich hätte die jetzt killen können Ja, hättest du Dann hätten wir gewonnen Und am Ende verkackt mir das Ich muss sagen Sarah Da kann sie doch nicht Ich weiß, sie kann nichts am früher Das älger mich jetzt trotzdem Das ist so ein schöner Kill Hast du auch, dass tausendmal dieses Rainbow Ladebild hier am Dienstag angezeigt wird? Sehr schön Das hört sich schon mal gut an Hab ich auch Irgendwann kommt dann das Richtige Und dann ist es gut Dann wird mir ein Rainbow angezeigt Dann ist es wieder weg Dann ist ein Ladekringel da Dann wieder Rainbow Dann ist ein Ladebauer wieder weg Super Ja, 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 ja Super Kann ich zum ersten Mal Ja, es ist auch, dass ich in Wendt dieser neue Bug existiert Eck, mach, ich bin langsam Doch, ich mach die Doch, ich mach die Doch, ich mach die Ja, wenn's um SSS geht Ja, wenn es um SSS geht Okay, Game startet wieder Doch Doch Rainbow League auch Es wird halt nicht mehr so crass geportet Was, was Cheater angeht die drohnen richtig die drohnen sind kaputt weil ich drohnen treffen ich nicht so warum auch wenn wir langsam spielen das heißt wir können jetzt wieder anspielen ist nein und ich erst in die drinnen ist neu ist die vor nicht da okay jetzt machen wir fertig zwei ich komme ich habe es um uns dabei immer ich mache ich mache es gut ich gucke ich habe mich etwas viel geschossen auf dich verbindung zum mitrang wird hergestellt das steht immer noch die ganze zeit da aris hier links ist wunder jetzt verbindet doch ist drin bei uns im match ich sehe immer nur dein team gegner ausgelöst hatte ich aber auch und scheiße jana ist zeitlos nicht da wo war die jana ist reingekommen ich höre ich dachte das wäre ja ich geplante meine ich würde ja liebsten umringen als wenn du mich hier geklaut hast darf ihn umringen alles darf ich umringen danke sie das wir haben sich heute noch lieb und da habe ich angezeigt bitte nicht ich habe auch einen schwarzen bildschirm aber würdige gegner kann ich trotzdem aus und 29 alpha pack ich habe 45 alpha pack nicht verdient du hast den headshot eben verdient alter so freunde was wir sagen nur ein ist ein verräter das kriegt der familienabschluss ich musste eine runde wegschmeißen wegen darum serie zweiten aber ich hoffe es hat es trotzdem spaß gemacht wenn ihr wisst ihr was zu tun hat ansonsten wünsche euch einen wunderschönen tag und sage bis zum nächsten mal euer anime fan tschau tschau